Ausstrahlungstermin für die Helene Fischer Show 2024 steht Die Vorfreude unter den Fans könnte kaum größer sein. Helene Fischer, 40, wird am 6. und 7. Dezember 2023 ihre legendäre Die Helene Fischer Show in Düsseldorf aufzeichnen. Tausende Anhänger des Schlagerstars haben sich bereits Tickets für das spektakuläre Event gesichert. Die Sängerin wird an diesen Abenden ihre beeindruckenden Live-Performances präsentieren und das Publikum mit einer Mischung aus Musik, Tanz und Akrobatik begeistern. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, muss nicht traurig sein. Laut Schlager.de werde die Show traditionell am 25. Dezember um 20 Uhr und 15 Minuten im ZDF ausgestrahlt und verspricht, das Highlight des festlichen Fernsehprogramms zu werden. Wie jedes Jahr bleibt die Gästeliste bis zuletzt streng geheim, doch die Spekulationen laufen bereits auf Hochtouren. In der vergangenen Show begeisterten Stars wie Beatrice Igli, 36, Ben Zucker, 41, und Peter Maffay, 75, das Publikum. Ein erster Hinweis deutet darauf hin, dass das Ensemble des Disney-Musicals Herkules dieses Mal dabei sein könnte. Das Newsportal hat beim Musical-Produzenten nachgehakt und Hinweise auf eine mögliche Teilnahme erhalten. Offiziell bestätigt ist dies jedoch noch nicht, sodass die Fans gespannt bleiben dürfen, welche Überraschungen Helene für sie bereithält. Die Helene-Fischer-Show ist seit ihrer Premiere ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft und zieht jedes Jahr Millionen von Zuschauern in ihren Bann. Die 40-Jährige gehört zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen und ist für ihre spektakulären Bühnenshows bekannt. Die Weihnachtsshow dient ihr dabei nicht nur als Plattform für Musik, sondern auch als Möglichkeit, Künstler aller Genres zu vereinen und das Publikum mit immer neuen und aufwändigen Performances zu begeistern.